So hallo und herzlich willkommen zu meiner Mini Vorstellung Ich habe ein neues Projekt angefangen Wie der Park nennen weiß ich noch nicht Er wird 50x50 Welle groß sein Sondern sehr sehr klein Bis jetzt steht dieser Coaster Ich habe ihn Pirates Bay genannt Ich persönlich finde ihn nicht schlecht Weiß ich wie euch gefällt Vom Taming her Der Piratenbereich ist wie ihr seht Auch noch nicht fertig Der Coaster Die Station vom Coaster Den wir um können wir gucken Also ich muss es da nicht alles zeigen Hier ist ein Fressalien drin Ich zeige es mal von der anderen Seite Sieht von der Seite so aus Ja und der Rest ist noch nicht fertig Der Coaster ist kurz Aber ich denke mal ganz gut gelogen Die Werte sind gut Ja ich wollte es euch eigentlich nur kurz zeigen Könnt ihr mir ja sagen wie es euch gefällt Ob es euch gefällt Was ich verbessern kann Was ich nicht verbessern sollte Ja Sagt mir was ich wissen muss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal